Kannst du uns ein bisschen über das Training vor dem Wettkampf erzählen, wie das Training vor dem Wettkampf war und die Vorbereitung in Österreich? Eigentlich war es eine gute Vorbereitung. Eigentlich war es sehr gut. Aber die Erfahrung ist ein bisschen, es fällt. Das Einzige, die es fehlt, ist die Erfahrung von der internationalen Wettkampf. Training in Österreich läuft gut. Training ist schon neun bis zehn Mal in der Woche. Training in Österreich geht sehr gut. Wir arbeiten jeden Tag, zwei Mal pro Tag. Die Sparringpartner in Österreich ist ein bisschen missbar, also müssen wir umgekehrt und schauen für die Trainingpartner. Und er hat gesagt, dass Training in Österreich gut sein wird. Welche Dinge über das Leben in Österreich ist er? Wie hat er seine Zeit außerhalb der Training spenden? Wie verbringst du deine Zeit außer dem Training in Österreich? Hast du Freizeithobbys? Was machst du gerne sonst außer dem Training? Ja, ich habe Freunde. Ich verbräche an meiner Zeit mit meiner Freundin oder mit meiner Freundin in Österreich. Ich habe einen Freund in Österreich. Ich habe die meisten Zeit mit ihr. Wenn ich nicht im Training oder in den Kampen bin. Also das ist mein ... Ich bin oft im Training. Es ist ganz wenig zu Hause. Ich bin oft im Training. Ich bin viel für Training. Also bin ich nicht so viel zu Hause. Aber wenn, dann bin ich mit meinem Freund oder mit meiner Freundin. Und ist es ein Ort, wo er für Training reint, wo er zu gehen möchte? Wo fahst du am liebsten hin zum Training? Welche Nation gefällt dir am besten zum Training? Ungarn. 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 Ja, ich habe dieinformation gefällt. ErKipp durch den Training Erzähl uns was über das Reisen, für die Trainingslager, für die Wettkämpfe. Wie motiviert dich? Weil Rainen ist auch sehr hart. Wie motiviert dich weiter zu Reinen und weiterzutrainieren? Der Erfolg, für jedes ward, ist mein Traum. Ich will das weiter machen, bis ich es geschafft habe. Er möchte weitergehen, weil er die Reise liebt. Er möchte, dass er erfolgreich ist. Er möchte vielleicht eine Europäische Medal gewinnen, um die Qualifikation für die Olympische Spiele zu machen. Hoffentlich für das nächste Tournament. Das ist sein Hauptziel. Er macht alles dafür. Er ist von Irak. Er ist ein nationaler Sport. Er möchte sein Traum leben und er ist erfolgreich. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, was es für seine Familie und sein Land bedeutet, um eine Europäische Medal zu gewinnen? Was würde das für dich und deine Familie bedeuten, wenn du zum Beispiel eine Europameisterschaftsmedaille gewinnst oder eine Weltmeisterschaft oder eine Qualifikation für die Spiele? Was würde es für deine Familie bedeuten? Ja, sicher. Meine Familie ist schon glücklich. Ich habe eine Sportlerfamilie und die verstehen schon, was es bedeutet trinken und sowas. Ich bin aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater ist ein Trainer in der Irak- und Iran-Wrestling-Team. So seine Familie weiß, was er durchgeht. Sie sind das respectiviert. Und hoffentlich kann er sie stolz machen mit einem guten Ergebnis. Und die letzte Frage, ob er noch mit seinem Vater über den Wrestling sprechen kann? Weil sein Vater ein Trainer ist. Wie ist sein Vater? Wie ist sein Vater? Mein Vater ist schon weit weg. Und ich finde, wenn ich mit meinem Trainer rede, schon besser als wenn ich mit meinem Vater rede. Und meine Eltern, oder mein Vater, ist weit weg von hier. Ich habe nicht so viele Kontakt, wie ich sollte. Aber mit meinem Trainer hier, Ernst Benedikt, der von meinem Klub ist, ich habe eine sehr gute Beziehung. Und er macht alles für mich. Er hat mich sehr gut vorbereitet. Und er ist meine zweite Familie. Vielen Dank. Vielen Dank.